Das war heftig, war eine harte Aufnahme irgendwie, da ging ja doch ein bisschen mehr, also ey, ich meine... Könnt ihr mir jetzt was in Style beschreiben? Ach nee, vielleicht nicht jetzt, Anfang nächstes Album vielleicht, jetzt komm, geh, wir haben Feierabend, tschau, tschau. Ach, ich kann doch nicht haben, ey, scheiß Gruppis, anspannen Gruppis.